Ja, diesen Strom, das die da kostet. Die brauchen mindestens ein Atomkraftwerk, um das hin zum Leuchten zu bringen. Oha! Komma! Osama Beladen kam! Komm noch ein Blitz! Sorry! Shit! Ja, sorry! Alter! Was machen die, wenn die Glühbirnen kaputt sind? Das fällt, glaube ich, gar nicht auf. Ja, schönen Wintermiddag. Oh, ja! Jawoll! Das Soundsystem! Was extra bestellt! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ach, Eike, das weiß ich nicht. Ja, ja! Eike, das ist gut. Ja, ja! Ja, ich hab's gut. Wie ist die Mühle, die Mühle, die Dürmer? Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja!